Hallo und herzlich willkommen bei den Maltisch am Mittwoch Tutorials. In dieser Videoserie veröffentliche ich alle im Maltisch am Mittwoch gezeigten How-to-Paints als ein separates Video, was mir die Organisation und Verwaltung, als auch euch, die Suche nach dem Content erleichtern sollte. Die im Video gezeigten How-to's sind auf jeden Fall ganz nah an der Praxis orientiert, denn es ist genau die Art, wie ich an die Modelle herangehen würde und von Quick & Easy über Layern über Wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit genau die Schritte, die ich anwenden würde für meine Miniaturen, die bei mir im Spiel auftauchen. Und deshalb, wenn ihr Lust habt, eines dieser How-to-Paints mal nachzumalen und eure Figuren in sozialen Medien teilen wollt, dann tut dies doch bitte mit den Hashtags Dizzyfinger, Maltisch am Mittwoch oder Mantu, M-A-M-T-U, für Maltisch am Mittwoch Tutorials. Und wie ihr es gewohnt seid, beginnt das How-to-Paint nach dem Intro. Wir bemalen heute diesen World-Eater Apothecary aus der Horus-Heresie von Forgeworld, gepimpt mit Teilen aus der Betrayal at Culp's und Burning of Prospero Box. Wenn euch das Modell so schon gefällt, dann folgt einfach dem Tutorial und malt mit. Viel Spaß dabei! Doch beginnen wir am Anfang. Hier ist der Warhammer 30k The Horus-Heresie World-Eater Apothecary oder einfach World-Eater Apothecary. Das Modell wurde mir freundlicherweise von einem User zur Verfügung gestellt und ich habe den einmal mit einem Mittelton-Grau grundiert. Den sieht man hier unten noch durchschimmern. Und dann recht heftig mit weißer Sprühgrundierung genebelt. Das ist der Ausgangspunkt, von dem wir jetzt arbeiten werden. Weil ja viel der Rüstung auch weiß sein soll, lohnt sich das auf jeden Fall so zu starten. Die Farben, die ich für dieses Tutorial benutzen werde, sind und Ebonen Black, Ashen, Gray. Dawnstone, Administratum, Gray. Perlet Witch Flash, White Scar. Castellan, Green, Death World Forest, Ogryn, Camo. Cantor Blue, Alley Tog Blue, Drakkenhoff Nightshade, Balthasar Gold, Runelord Brass, Ledbelcher, Runefang Steel, Dryad Bark, Cornred, Mephiston Red. Wild Rider Red, Troll Slayer Orange, Fire Dragon Bright, Avaland Sunset. Und einmal Agrax Earth Shade Soft Tone. Ein Mix aus gleichen Teilen, also 50-50 Agrax Earth Shade und einem Verdöner Medium, wie zum Beispiel Lamyhen Medium. Dies hatte dann zur Folge, dass der Shade nicht ganz so prägnant ist und man ihn auch vielleicht leicht adosieren kann. Dann, für die Kampfschäden, die das Modell erhalten wird, nutze ich Pigmente vom Tabletop Basement Umbra Braun. Dann braucht ihr dafür zwei Pinsel, um die Grundfarben aufzutragen. Ich habe ja einmal ein Layer M und einen Rotmarder Kolinski 2-0. Die beiden sind schon ein bisschen länger im Dienst, daher sind die schon nicht mehr ganz so fein in der Spitze. Sollte aber für das Tutorial reichen. Dann habe ich hier einen Rotmarder Kolinski 2-0, der frisch in Benutzung ist. Der ist noch sehr spitz, sehr fein in der Spitze oben. Dann nutze ich einen 8er Drybrush von AK Interactive, Interface Base. Und von irgendwelchen Blistern, von Miniaturen, hier so einen Schaumschwamm solltet ihr auch haben. Hier seht ihr schon, da ist Farbe dran. Der ist hinter für die Kampfschäden. Da solltet ihr dann auf jeden Fall eine schöne weiche Oberfläche hier haben. So, hier ist der World Eater und wir beginnen direkt mal mit dem Paint Job. Ich nehme mir den Layer M und nehme mir Palette Witch Flash zur Hand. Mit Palette Witch Flash male ich jetzt leicht jede Ebene der Rüstung, die hinterher auch tatsächlich weiß werden soll. Da haben wir natürlich anhand der Artworks auch unterschiedlichste Darstellungen. Ich persönlich finde, dass der Apothekarius ruhig den ganzen Torso, die Beine und die Arme in weiß haben darf. Der Helm ebenfalls als auch vielleicht das Backpack. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Und dann ganz klassisch, wie es sich für World Eater gehört, die Schultern lediglich in blau. So. Und das mache ich jetzt einfach ganz stumpf beim ganzen Modell. Überall, wo hinterher weiße Rüstung ist, trage ich Palette Witch Flash auf und zeige euch dann gleich nach dem Schritt, wie das ganze Modell dann ausschaut. Nachdem die Rüstung jetzt diesen eher elfenbeinfarbenen Ton erhalten hat, nutze ich einmal meinen Agrax Earth Shade Soft Tone, um alle weißen Rüstelemente zu shaden, also komplett zu shaden. Dafür nehme ich mir zusätzlich noch einen Shade Pinsel zur Hand. Das könnten wir auch mit einem kleineren Pinsel auftragen, aber da ich ja von Grund auf faul bin. Und dann nutze ich den Shade Pinsel. Bei diesem Schritt muss dazu gesagt werden, der User, der mir das Palette zur Verfügung gestellt hat, möchte einen eher abgenutzten, schon etwas länger in der Schlacht befindlichen World Eater haben. Oder das Tutorial für solche etwas abgenutzteren World Eater haben. Deshalb auch dieser Elfenbein Off-White Farbton und auch zum Beispiel dieser Schritt des Shades, bevor wir dann gleich mit Bürsten ein wenig noch die Rüstung bearbeiten, um eben diesen abgenutzten, schon lange im Dienst, im Feldzug befindlichen Charakter der Rüstung zu erhalten. Denn es ist hier wichtig, dass ihr auch Techniken nutzen könnt, die vielleicht als totale Anfängertechniken verschrieben sind, ist das Trockenbürsten ja tatsächlich, um eben dieses genau richtig einzusetzen, um damit in den passenden Momenten die richtigen Effekte zu erzielen. Ich sage nicht, dass Trockenbürsten grundsätzlich eine super Technik für alles ist. Ich sage, dass Trockenbürsten genau wie Layering oder Lasieren eine Technik ist, die für bestimmte Ergebnisse gut geeignet ist. Beim Backpack habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass das Backpack am oberen Element, dem hier in diesem Runden, mit diesem kleinen, also inklusive diesem kleinen Ventilator hinten dran, blau wird und das restliche Backpack weiß, da er innerhalb der Legion auch schon ein bisschen variiert wurde, was die Farben angeht. Gerade so ein spezieller Charakter, da verruhe ich auch ein bisschen extravagant die Farben verteilen. So. Und ihr seht, dass ich hier beim Verteilen des Shades darauf achte, dass nie so viel auf das Modell kommt. Also es ist fast mehr ein Lasieren. Ich male mit dem Shade drüber, um die Flächen ein bisschen farblich zu beeinflussen. Also die Farbe etwas abzuändern. Und dass ein bisschen von diesem Shade, der ja aufgrund des Lamia Medium sowieso ein bisschen besser in die Vertiefung läuft, auch eben in diese hineinkommt. Wo wir ein bisschen mehr setzen können, ist zum Beispiel hier unter den Armen. Wir können auch hier unten ans Bein ein bisschen mehr setzen. Oder hier und das. Wir können auch ein bisschen mehr dran setzen, um da vielleicht in der Vertiefung ein bisschen stärkere Schatten zu erzeugen. Weil dort ja eventuell auch sowieso stärkere Schatten sind. Hier unter der Schulterplatte zum Beispiel und hinten um das Backpack rum am Rücken. So. So sieht er dann aus, der Apothekarius. Das Weiß sieht schon mal ein bisschen abgeranzter aus. Ist aber natürlich noch nicht die finale Version. Zum weiteren Bearbeiten muss ich den auf jeden Fall erstmal gut trocknen lassen. Nachdem der Shade getrocknet ist, gibt es nun ein wenig Dry Brushing für die weißen Rüstteile. Denn dafür nehme ich mir hier den Trockenbürstpinsel und noch einmal Palette Witch Flash. Wie die Trockenbürsten funktioniert, wissen ja die meisten. Ich nehme mir ein bisschen Farbe aus meinem Pöttchen auf den Pinsel, streiche das hier auf ein wenig Küchenpapier ab, dass nur noch ganz wenig Farbe im Pinsel drin ist. Und mit diesem gehe ich dann hier über das Modell. Sodass im besten Fall an den erhöhten Stellen die Farbe hängen bleibt. Dabei ist wichtig, dass ihr nicht mit den Strukturen bürstet, sondern gegen die Strukturen. Je kleiner die Stelle ist, die ihr bürsten wollt, desto kleiner sollte auch eigentlich der Bürstpinsel sein, um da auch wirklich dran zu kommen. So. Und hier mit den Schritten des Bürstens erhalten wir dann auch nicht einfach irgendwie eine weiße Rüstung, sondern eine etwas abgenutzt wirkende Rüstung. Ich gehe mal hier vorne an die Front, an die Brustplatte. Da seht ihr das dann vielleicht ein bisschen besser. Und hier ans Bein. Und da ist wieder weniger Farbe auf dem Pinsel, als ich brauche. Und so bürstet ihr jetzt das ganze Modell bis zu dem Punkt, wo ihr sagt, jo, das ist der Weißton. Der gefällt mir als Grundton für meine Rüstung. Lieber ein paar Mal öfter bürsten. Als das in einem Mal versuchen und sich dann vielleicht das Modell versauen beziehungsweise eine Farbe zu erhalten, die man eigentlich gar nicht an der Stelle haben möchte. Und dann zeige ich euch gleich, welchen Weißton ich erzielt habe. Als nächstes ist für die Rüstung ein leichtes Dry Brushing mit White Scar an der Reihe. Geht zu. Nehme ich mir natürlich, wie eben auch, ein wenig von dieser Farbe aus dem Pöttchen. Streiche das auf ein handelsübliches Stück Küchenrolle arbeite die Farbe ein wenig in den Pinsel ein und dann ziehe ich diesen hier wieder über die Miniatur. Jetzt ist der Fokus allerdings schon auf den Kanten. Also nicht so viel Dry Brushing, sondern nur, um gleich das gemalte Edge Highlight etwas zu unterstützen. Beziehungsweise auch bei diesen doch sehr, sehr detaillastigen Forge World, beziehungsweise hier Forge World Kit Bash Modellen überhaupt herauszufinden, wo sind die jetzt eigentlich, diese ganzen Kanten. Oder bei so vielen Details könnte es unter Umständen vorkommen, dass du das ein oder andere Detail beim ersten Durchgang mal vergesst oder einfach überseht. Könnte sich jetzt natürlich die Frage stellen, warum machst du dir die ganze Arbeit? Der Unterschied zwischen dem vorher weiß grundierten und der Rüstung, wie sie jetzt ist, ist ja jetzt nicht so groß. Die Frage ist berechtigt, aber man erkennt den Unterschied ja. Ich habe euch das fertige Modell ja eben schon gezeigt. So, nachdem dieser Drybrush fertig ist, kann der Pinsel erstmal ins Wasser und ich nehme mir einen Rotmaler Kolinski und arbeite mit dem White Scar weiter. Und zwar ziehe ich jetzt gezielte Kanten-Highlights mit White Scar in die Rüstung überall da, wo das Modell von oben mit Licht beschienen werden würde. Denn die meisten Tabletopper, ich selbst auch, gehen davon aus, dass in den meisten Fällen das Licht von oben kommt. und ich habe schon viele verrückte Dioramen gesehen, was darum geht, dass zum Beispiel jemand eine Fackel hält und das restliche Diorama dunkel gehalten ist und da wird dann darauf geachtet, dass die Highlights wirklich von der Seite kommen, wo die, oder was auf der Seite sind, wo die Fackel ist. das sieht meist cool aus, vollkommen legitim. Bei Spielminiaturen, die dann auch auf dem Spieltisch stehen, der meist auch tatsächlich mit einer Lampe von oben beleuchtet wird, reicht das aber glaube ich so, dass man wirklich die Details, oder wenn Sie die Kanten, die dann ein bisschen schimmern würden, so highlightet. Beim Backpack hier habe ich diese unteren Kanten bewusst noch gewählt, um da noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr Farbe reinzubringen, das etwas aufregender zu gestalten. Normalerweise wäre das eine Stelle, die nicht unbedingt beleuchtet wird. So. Dann hier überall so ein paar kleine Kanten, hier den MK3, die MK3-Armschiene, der Handschuh, vorne die Finger, die man hier ein bisschen sieht, diese dicke Armschiene des Natizium, oder wie auch immer diese Apparatur jetzt genau ausgesprochen wird. Dann gehen wir rüber auf die andere Seite, und ich muss mich verbessern, es ist gar keine MK3, es ist ja sogar noch eine MK2-Rüstung. So suche ich mir jetzt wirklich jede Kante raus, die ein Highlight vertragen könnte, auch an den Beinen, und zeige euch gleich, wie es bis dahin aussieht. Und somit haben wir schon mal die ersten Schritte an der Rüstung fertig. Was noch vielleicht zu bemerken ist, hier vorne an dem Fuß und hier diese Rundung am Helm habe ich auch jeweils noch, also an dem anderen Fuß auch noch, habe ich jeweils auch noch ein Highlight gesetzt, um da ein bisschen Plastizität reinzubringen. Und als nächstes blocken wir einfach alle anderen Farben aus. Wir beginnen mit Blau, Cantor Blue in diesem Falle. Cantor Blue befindet sich bei dem Modell am Backpack und an den Schultern. Also einfach hier die Innenseite der Schultern und Cantor Blue bemalen. Es kann sein, da wir ja über weiße Grundierung malen, dass diese Farbe ein bisschen schäckig wird. Ihr könnt dann noch eine zweite Schicht auftragen. Ihr könnt aber auch einfach darauf hoffen, damit rechnen, dass wir nach dem Shading sowieso noch ein paar Schichtenfarben auftragen, dass dann dieses leicht Nebelige hier weg ist. Das Symbol hier brauchen wir nicht bemalen. Das wird hinterher rot. Dann die andere Seite. Auch da haben wir eine Symbolik drauf, was uns natürlich viel, viel an Highlight-Arbeit an dieser Schulter hinterher wegnimmt. Das heißt, das ist relativ entspannt. So, als nächstes nicht vergessen, ich habe gesagt, das Backpack wird hier oben auch noch blau. Einmal hier, dann ab hier in der Mitte und einmal hier auf der anderen Seite. Sinnvoll ist jetzt schon, mit der nötigen Ruhe zu arbeiten und nicht mehr an die weiße Rüstung zu kommen. die erhält zwar gleich noch noch ein wenig Farbe, aber alles, was ihr jetzt übermalt, müsst ihr nur wieder reparieren, was gut möglich ist. Das ist jetzt nicht so, dass wir vorher mit einer Airbrush gearbeitet haben oder so und die nächsten Schritte, das zu reparieren, dann ziemlich viel Arbeit wären. Aber warum diese Arbeit machen, wenn ihr auch einfach jetzt im Moment ein bisschen euch auf die Arbeit hier konzentrieren könnt und dementsprechend mit Vorsicht langsam arbeitet. So, das war doch schon mal recht simpel. Als nächstes kommt ein Schritt, den ich euch auf jeden Fall empfehle, wenn ihr, egal was für ein Modell, auf einer weißen Grundierung malt. Jetzt nehme ich es schwarz, Abit and Black und grundiere alle Stellen, die hinterher Silber oder Golden werden sollen, einmal vor mit dem Schwarz. Dadurch hat das, der Metallton hinterher eine viel bessere Leuchtkraft und zusätzlich bemale ich alles, was schwarz werden soll. In dem Falle beim Apothekarius ist es sogar wirklich nur die Boltpistole. Mehr muss, glaube ich, gar nicht schwarz werden. Also suche ich mir alle Teile raus, Silber, Gold oder tatsächlich schwarz und bemale diese. Jetzt einmal, da haben wir zum Beispiel hier diesen Kragen, die Schulterränder, hier an dieser Armapparatur, hier geht noch so ein Metallband rum, das komplette Energieschwert wird Silber, wir haben hier vorne so einen kleinen Aquila mit einem Helix, wir haben hier zwei Teile, die schwarz grundiert werden können, die Boltpistole, diese Optikapparatur am Helm, den Kranz hier am Helm, der wird golden, vorne das Nasal wird golden, hier haben wir diverse Teile, die silber werden, die kann ich auch noch vorgrundieren und hier hinten diese beiden kleinen Teilchen. Nur um euch das mal zusammenzufassen, was alles jetzt schwarz wird. Als nächstes geht es daran, die goldenen und silbernen Parts zu bemalen. Hier wäre vielleicht auch noch zu erwähnen, ich habe direkt an dem Base unten auch schon mal etwas schwarz aufgetragen, da ich dieses gleich auch noch bearbeiten werde. und nun goldene Parts haben wir zum Beispiel diese Panzerung hier, diesen Kragen finde ich immer sehr passend in Gold, da ist auch persönliche Präferenz gefragt oder natürlich wenn ihr es akkurat machen wollt, wie die Illustratoren es angedacht haben, schaut ihr euch mal zum Beispiel das Buch Visions of Heresy beziehungsweise im Deutschen Visionen der Heresie an. Dort gibt es eine Sammlung, eine massiv große Sammlung von Artworks zusammen mit der groben Zusammenfassung der Horus Heresie und da findet ihr bestimmt auch ein Artwork woran ihr euch orientieren wollt oder könnt um dieses dem farblichen Design eurer Truppe eurer personalisierten Truppe zugrunde zu legen neben diesen Details am Helm haben wir natürlich hier noch den Schulterrand da könnte man natürlich jetzt auch sagen okay ich mag es aber lieber wenn der Schulterrand auch in der Rüstfarbe bemalt ist also in blau oder in silber oder elastin schwarz oder in rot je nachdem wie ihr meint eure Modelle in dem Fall die world interpretieren zu wollen ich mal dies so an da es zum einen der User gewünscht hat dass man dieses klassische Farbschema hat mit metallernden Rändern und zum anderen dass ich auch meine Inspiration hiermit einfließen lassen kann und ich bin sehr inspiriert durch goldene Rüstränder so die werde ich jetzt noch alle ausblocken genauso wie das Parier der Energie Klinge um dort auch in dem Detail ein bisschen mehr Charakter einzufügen und dann machen wir gleich mit Silber weiter nun nehme ich mir Led Belcher und bemale alle Teile die Silber sein könnten hier vorne entscheide ich mich dass das hier auf jeden Fall eine Fiole ist die oben und unten metallern ist also einen metallern Boden und auch einen metallern Deckel hat diese Apparatur die ich mir nicht erklären kann wird auch einfach silbern hier ist es wichtig vielleicht auch ein bisschen in die Vertiefung rein zu malen so dann haben wir hier am Gürtel auch noch einige Fiolen und Apparaturen ist auch noch eine dran so dann drehen wir das Modell einmal weiter wir haben hier die Klinge des Kettenschmerz und hier hinten sind kleine Verbinder dann diese ganzen Vorrichtungen hier am Handschuh dann die Boltpistole diese stammt glaube ich aus der Betrayal and Cults Box da der Apothekarius eigentlich eine andere Boltpistole trägt aber das Energieschwert stammt ja zum Beispiel auch daher also es handelt sich hier um ein Kitbash was ich auch irgendwie sehr cool finde so wenn ich jetzt hier bei dem Boltpistolen Casing ein bisschen übermale ist das nicht weiter schlimm da wir nachher auch nochmal mit schwarz malen werden und dann repariere ich diese Stellen einfach wieder also arbeite diese wo ich ein bisschen mit Silber übermale wieder aus so das haben wir dann kommen diese ganzen Optiken hier oben am Helm dran und das Modell ist sehr sehr schwach in Kontrasten ich glaube ich muss gleich noch eine Farbe zusätzlich hinzufügen oder ziehe ich das einfach durch nein ich ziehe es einfach mal durch und erwähne vielleicht noch was ihr wenn ihr das an eurem Modell haben wollt ein bisschen kontrastreicher noch ergänzen könnt zum Beispiel könntet ihr einige Kabel die ich gleich grau malen werde zum Beispiel gelb mit schwarzen Hazard Stripes bemalen das habe ich auch bei einigen Fotos schon gesehen dass Hobbyisten das so bemalt haben können machen eben noch hier rum diese ganzen Apparaturen was auch immer der Apothekaris damit machen muss also der FortiCare Apothekaris ist definitiv was die Ausrüstung angeht etwas geradliniger aber gut das ist auch ein schönes Modell so das waren alle silberne Parts das Base hier werde ich jetzt einmal mit Ledbelcher danach einmal mit Runefang Stil vorsichtig bürsten bürsten das liegt nämlich an dieser Art wie ich die Bases gestalte also ich werde tatsächlich hier vorsichtig das ist ein bisschen sehr heavy vorsichtig ein bisschen bürsten damit ich nicht da dran komme und es sind scheinbar noch zu viele weiße Pigmente im Pinsel als dass das Silber sehr hell ausschaut jetzt kann ich auch hier von vorne noch mal dran diese Fläche hier vorne wird Asphalt hinterher werden da muss ich ja noch nicht aufpassen die habe ich ja noch nicht bemalt und nach dem Ledbelcher was einfach nicht zugehen möchte so brauche ich mal ein neues Töpfchen nehme ich mir Runefang Steel zur Hand und wiederhole diesen Schritt so das Base soll nicht vom Modell ablenken deshalb ist das nicht so wirklich fancy gestaltet und jetzt als nächstes gibt es die weiteren Farben zu blocken wir haben noch Schläuche wir haben Linsen wir haben auch noch einige wenige Teile aus Leder und damit fangen wir jetzt direkt mal an ich nehme mir Dryad Bark zur Hand und blocke die Elemente aus Leder aus zum Beispiel einmal hier auf dieser Schürze sitzt noch ein Holster dann ist natürlich die Frage der Schürze die habe ich schon in unterschiedlichsten Farben gesehen ich werde einfach nicht schlau raus was ich da machen soll damit es gut aussieht ihr habt es wahrscheinlich vorhin schon gesehen wie es dann im Endeffekt am Modell auch ausschaut ich an dieser Stelle bin noch total unschlüssig was ich da machen soll so Griff der Ball Pistole hier und einmal hier hoch Griff des Schwerz da hat man ja nicht wirklich viel zu sehen so und das war im Prinzip das mit dem braun ich glaube ich gehe über ein rot braun hierbei um auch wirklich ein kontrast am modell zu schaffen ein farblich eine kontrastierende fläche und nicht irgendwie sowas wie eine weiße op schürze oder so ich glaube das würde dem modell nicht gut tun und und für rot braun ich auf jeden fall das ding hier mal mit dried bark vor grundieren und an der stelle muss ich dann noch sagen brauche ich noch farben die ich noch nicht erwähnt habe doom bull brown und tusk gore die ich dann gleich nochmal bei den highlights an der schürze mit erwähnen werde aufgrund dessen dass ich noch nicht wusste wo ich hier farblich hin möchte habe ich die einfach zu beginn des videos noch nicht bedacht so hier zur mitte hin ein bisschen aufpassen dass ihr nicht an die beine kommt und diese schürze geht auch hier vorne bis unter diese nennen es mal gürtelschnalle drunter so damit habe ich die braunen passagen auch dann stelle ich mir hier schon mal hoch excuse me stelle ich mir schon mal wenn ich dran komme doom bull brown und tusk gore fur an die seite damit ich da gleich dran denke und wir kommen zu weiteren farben so alles noch vom licht gut eingestellt nachdem ich da vorgebumst bin ja doch jetzt nehme ich mir zur hand corn red und beginne mit dem legions emblem auf der schulter man könnte natürlich jetzt auch wenn man total der pro ist jede farbe blocken und direkt highlighten ich persönlich bevorzuge und würde es auch empfehlen das ganze modell einmal auszublocken zu schauen wie in etwa das dann wirkt und dann erst zu starten mit weiteren details vielleicht gefällt euch ja dann irgendein detail auch nicht mehr so hier bei diesem symbol könnt ihr euch auch an artworks halten wie das aussehen könnte ich befinde dass wir hier einen weißen schädel haben mit weißlichen flügeln die eine rote helix halten dann haben wir hier ein paar linsen ich denke mal die in dieser optischen apparatur sind rot passen zur helmlinse dann setze ich auch ein wenig corn red rein ganz vorsichtig dann haben wir hier diese fiole auf jeden fall irgendwas rotes drin schauen wir mal weiter diese symboliken auf dem auf der schürze bemale ich erst wenn die schürze fertig ist hier glaube ich nicht dass da was rotes dran muss hier auch nicht und ich weiß nicht ob das da scheinwerfer sein sollen oder einfach nur silbernes metall deshalb belasse ich es dabei so dass die roten elemente dann habe ich noch castellan green damit bemale ich weitere violen einmal diese hier auch wieder um ein bisschen mehr kontrast zu schaffen einmal diese hier einmal die letzte hier hinten einfach nur mal um hinterher ein paar optische elemente noch drin zu haben die sich vom restlichen modell abheben dann kommen wir zu erschienen gray alles was kabel sind und was diese sogenannte soft armor ist oder diese kabel strenge hier zum beispiel bei der mk3 hat man ja hier oben auch noch diese elemente durch schimmern bei den spätere marks der power aber sind die verlegt wurden So könnt ihr euch jetzt hier alle Stellen raussuchen, wo Soft Armor ist oder alle Kabel, beziehungsweise und alle Kabel. Die könnt ihr einmal mit Ashen Grey grundieren. Dann haben wir Soft Armor zum Beispiel hier hinten auf der Rückseite. Die kenne ich noch von der MK3 Rüstung. Da ist die nämlich auch noch dran. Solche Soft Armor unter den Armen, in den Ellenbeugen oder in der Hüfte hatte dieses Modell nicht. Aber wir haben ein bisschen was in den Panzerhandschuhen rechts und links, in der Handfläche sozusagen. Und die ganzen Kabel. Und wenn das alles bemalt ist, zeige ich euch, wie das Modell an dem Punkt aussieht. Als nächstes fehlt lediglich noch ein wenig Palette Witch Flash. Und zwar auf der Seite hier beim Legionssymbol. In der Mitte, da sind hier ein paar Ländereien abgebildet, so ein Planet, der sollte vielleicht nochmal weiß gemacht werden. Und hier auf der Seite die Flügel und der Schädel nochmal in weiß ausgearbeitet. So. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo das Modell Shade abbekommen kann. Lange hat es gedauert, bis wir hier sind. Aber jetzt können wir es tatsächlich machen. Ich nehme mir den Agrax Earthshade Soft Tone und den Layer M. weil wir den Shade natürlich etwas gezielt auftragen müssen. Und damit shade ich alle Stellen des Modells, die nicht weiße Rüstung sind. Und ich könnte auch sagen, alles das, was wir gerade eben mit Farbe versehen haben. Dabei könnte ich zum Beispiel auch bei diesen Rändern hier ruhig so arbeiten, dass der Shade einen wirklichen Rand, also einen abschließenden Rand, zu der weißen Rüstung schafft. Und das mache ich jetzt am ganzen Modell, außer hier bei diesem kleinen Planeten. Den shade ich mit Dragonhoff Nightshade und zeige euch dann das Modell, wie es ausschaut. Während der Shade unten am Base noch ein wenig trocknen muss, kann ich mich schon mal den Kampfshaden zuwenden. Jetzt haben wir hier bei dem Modell das Problem. Es ist nicht wirklich viel freie Fläche, wo wir sowas aufbringen könnten. Aber ich denke, hier hinten am Backpack und hier am Knie können wir jeweils was anbringen. Vielleicht auch noch hier am Handschuh mal schauen. Zunächst sollten wir aber auf jeden Fall, weil die Kampfschäden dann quasi so das Ende der Bemalung an der Stelle sind, die blauen Elemente highlighten. Heißt, wir bereiten die Rüstung auf die Kampfschäden vor. Die blauen Elemente sind die Schultern und der Teil vom Backpack. Dann nehme ich mir jetzt wieder Contour Blue, das Trage davon auf den Flächen ein bisschen was auf und lasse in den ganz tiefen Stellen, oder wo die Flächen an andere Farben grenzen, noch etwas von dem geschädeten Contour Blue stehen. Das geht relativ schnell. Da hier nicht so viele blaue Flächen sind. Noch einmal oben zwischen die Flügel. Das ist eine Stelle, die ich vorhin tatsächlich vergessen hatte, die sich jetzt durch den Shade erst wirklich rausgezeichnet hat. Und dann am Backpack. Noch hier wieder relativ simpel. Immer zwischen den Elementen eine kleine Stelle lassen, wo man noch das geschädete Contour Blue durchsehen kann. Um da einen, also langsam einen Kontrast aufzubauen. Denn wie eingangs gesagt, wir malen ein Modell für das Spiel, für den Tabletop und nutzen dann auch diesen Standard. Wir brauchen keine super fancy Wetblendings oder zig Schichten, um etwas zu schattieren. Hier können wir tatsächlich mit einfachen Highlights arbeiten. Nach dem Contour Blue nun fertig ist, kann das zur Seite. Und wir nehmen nun uns Ally Talk Blue. Mit Ally Talk Blue wiederhole ich den Vorgang. Allerdings lasse ich auch von dem vorangegangenen Cantour Blue etwas sehen. Und da mein Pinsel in dem Fall hier recht feucht ist, trage ich diese Farbschicht automatisch ein bisschen dünner auf und kann da auch gleich die Intensität variieren. Hier ist es auf jeden Fall wichtig, dass auf der Seite der Schulter hier oben noch zwischen den Zähnen noch ein bisschen blau einbringt. Da das nämlich sonst komisch aussieht, wenn die Farbe genau da nicht ist. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch die andere Schulter, wo wir mit ein paar einfachen Pinselstrichen das Ally Talk Blue auftragen. So, jetzt noch ein zweites Mal auf die Seite, damit die Farbe intensiver wirkt. Er hier unten in der Kante und auf der anderen Seite hier in dieser Kante. Nochmal hier rüber. Hier unten deckt die nicht richtig, deshalb da nochmal ein bisschen was drauf. Hier noch ein bisschen. Und einmal noch hier oben. Im besten Fall habt ihr jetzt daheim noch Fenrigian Grey, um auch hier oben gleich das Backpack anzubringen. Habe ich leider nicht hier. Deshalb werde ich direkt noch eine Stufe weiter gehen. Und dieses Kanten-Highlight gleich mit Ultuan Grey setzen. Allerdings werde ich den Pinsel dann sehr feucht halten, sodass das Ultuan Grey Highlight nicht ganz so stark ist. Und dadurch mehr in die Richtung tendiert, dass es wie Fenrigian Grey aussieht. Und ihr seht, da braucht ihr gar nicht so viel machen. Nur ein paar Mal hin und her, da und da und da ein bisschen was. Die Seite von unten kann man wirklich ruhig dunkelblau lassen. Da kommt auch nicht wirklich Licht hin dran. Wenn wir von der Prämisse ausgehen, dass das Licht von oben kommt. So, hier noch eine zweite Schicht. Dann hier diese Kabel. Die bevorzuge ich tatsächlich auch in der Farbe des Backpacks zu malen. Und nicht nochmal irgendwie grau. Als wirklich extra Kabel. Hier noch eine zweite Schicht jeweils. Und das Layering ist da fertig. Jetzt nutze ich, wie gesagt, einmal Ultuan Grey. Mach das Modell sehr hell in den Stellen. Euch würde ich tatsächlich Fenrigian Grey empfehlen. Das ist so der Schritt dazwischen. Kanten Highlight. Dann mit dem Finger ein bisschen drauf. Ein bisschen Farbe wieder wegzunehmen. Und dann sieht das auch fast aus, wie das Highlight, das ihr mit Fenrigian Grey meinen würdet. Ist einfach dem geschuldet, dass mein Fenrigian Grey gerade kaputt ist. Und ich noch nicht dazu gekommen bin, Neues zu besorgen. So, dann hier noch einmal ein bisschen. Und schon sind auch da für die Farben die Highlights durch, die man wirklich braucht, um das auf dem Spieltisch zu sehen. So, jetzt können wir uns mit den tatsächlichen Kampfschäden befassen. Dazu nehme ich mir hier meinen Schwamm, meinen kleinen Blisterschwamm. Ich brauche braun und schwarz. Also Dried Bark und Abaddon Black. Und gleich Pigmente von Tabletop Basement, nämlich die Umbra Braun. Die habe ich mir hier schon auf dieser Untertasse angelöst mit Wasser, damit ich die gleich verarbeiten kann. Wir nehmen uns zunächst Dried Bark. Dann nehme ich den Blisterschwamm, tupfe den ein bisschen hier in die Farbe und streiche dann das meiste, was ich davon habe, auf einem Küchentuch ab. So, dann streiche das hier ab. Fast wie ein Trockenbürstpinsel, dass ich nicht mehr viel drauf habe. So, jetzt tupfe ich an Kanten, wo Kampfschäden sein könnten, mit dem Schwamm einmal so auf. Das mache ich erstmal vorsichtig. Hinterher werdet ihr bestimmt ein bisschen Routine darin kriegen. So, da ist man es. Da noch einmal zwischen. Dann haben wir hier am Knie ein bisschen was. Hier unten ans Bein kann ich noch rangehen. Hier kann noch was dran sein. So. Und vielleicht hier noch an die Hand und ans Backpack von hinten. So. Wie gesagt, wir haben nicht wirklich viel Rüstung, die es hergibt, dass man da Kampfschäden dran machen kann bei dem Modell. Hier in der Mitte würde ich nichts mehr hinsetzen. Das macht das dann auch wieder sehr unruhig. Deshalb sollte dieses Modell tatsächlich reichen. Jetzt nehme ich mir nochmal Abaddon Black und wiederhole diesen Schritt nochmal. Dadurch kriege ich bei diesen Punkten, die da drauf sind auf dem Modell dann, eine ganz leichte Variation hin. Das sieht nicht so eintönig und langweilig aus. Zum anderen schaffe ich nochmal zusätzlich ein bisschen mehr Struktur in einer anderen Farbe. Viel Schichtigkeit. Und das sieht dann auch ganz schön aus. Gerade wenn ihr auch dunkle Rüstungsteile habt, auf denen das Braun nicht so gut zu erkennen ist, macht es Sinn, auch nochmal mit Schwarz dran zu gehen. Das sieht man einfach dann besser. So. Das war im Prinzip dieses Stückling mit einem Blisterschramm für Kampfschäden. Jetzt nehme ich mir den Layer M, nehme mir ein bisschen Wasser, rühre damit hier die Pigmente ein bisschen an. Das kann man auch mit Aceton oder sowas machen. Glaube ich. In einem Alkohol auf jeden Fall. So. Mit dem bisschen hier tupfe ich jetzt ganz leicht nochmal an diese Stellen. zusätzlich noch diesen matten, bräunlichen Effekt da reinzukriegen. Als würde man entweder Rost oder halt auch die Rostschutzfarbe auf der Rüstung des Astartes sehen. Und auch das mache ich, da man diese Effekte auch auf farbigen Rüstelementen ein bisschen besser sieht. So. Und um gleich das Metall spannender zu gestalten, ziehe ich jetzt bei den Pigmenten mit einer sehr flüssigen Mixtur nochmal hier über die silberne Metalle drüber. Ganz grob einmal. Dann sieht nämlich das Metall ein bisschen interessanter aus, ein bisschen spannender, wenn ich gleich highlighte. Das muss auch nicht dann an jedem Metallteil super deckend sein. Nur an jedem Element sollten ein paar dieser Pigmente dann auch wirklich bleiben. Wenn ihr sagt, nö, das ist jetzt nicht meins mit den Pigmenten, dann lasst ihr den Schritt einfach weg und arbeitet gleich ab den nächsten Schritten einfach normal weiter. So. Was aber auf jeden Fall Sinn macht, bei der Base Gestaltung hier unten am Base mit ein bisschen mehr Pigmenten wieder Rost einzuarbeiten. Das heißt zum Beispiel hier diese Strebe, die aufgenietet ist und hier um diesen Ventilationsdeckel und hier an die Kante. So. Für meine Base Gestaltung nutze ich auch noch die Pigmente Terra de Siena. Das ist so ein bisschen ein rot-berötlicheres Braun. Das traue ich auch einfach noch zusätzlich hier auf, um noch ein bisschen mehr diesen Rost-Alt-Effekt hinzubekommen. So. Und wenn das angetrocknet ist, gehe ich zum Beispiel auch nochmal mit Agrox Earthshade drüber. Löse dadurch die Pigmente wieder ein bisschen an und verteile die auf der Fläche, dass die auch ein bisschen nach Flugrost aussehen. Aber genug zu Pigmenten. Machen wir weiter mit den Kampfschäden. Und zwar nehme ich mir jetzt für die weiße Rüstung nochmal White Scar zur Hand. Male jetzt. Unter diese Elemente mit einem Pensel ganz klein Punkte, je nachdem wie groß sie sind, Punkte. oder Linien. Um damit eine ganz leichte Lichtkante darunter zu erzeugen. Dass man den Eindruck hat, als wären diese Macken, diese Kampfschäden so tief, dass sich daran auch an der Kante das Licht bricht. Dadurch erhalten die Kampfschäden eine Plastizität direkt. Je nachdem wie stark ihr diese Kante oder diesen Punkt setzt, umso mehr schafft ihr den Eindruck, dass es sich um eine tiefe Macke handelt. Natürlich ist das auf weiß, auf weiße Rüstung ein bisschen blöd. Ihr könnt ja auch mal euch die anderen Tutorials auf meinem Kanal anschauen. Da habe ich auch noch bei anderen Modellen fast bei allem meinen Space Marines, egal ob 40k oder 30k, nutze ich mittlerweile Kampfschäden. Da könnt ihr euch das ja mal angucken, wie das auch bei anderen Rüstungsfarben aussieht und rüberkommt. So, hier oben diese Stelle. Dann von der anderen Seite. Und hinten im Backpack kann man auch noch so ein bisschen dran gehen. Da haben wir nicht so richtig Kanten, weil das ja schon an der Kante dran ist. Dann haben wir noch die Schäden auf der blauen Fläche, auf den blauen Flächen. Da gehe ich nochmal mit Wulthor and Grey ran. Das ist mir mal schon von der Seite hier, genau. Da kann ich auch hier mit so ein paar Linien oder Punkten... Okay, das ist jetzt ein bisschen groß geworden da. Naja, passiert. Muss ich gleich ausbessern. So, mit ein paar Stellen kann ich da auch Macken darstellen. Da würde ich euch auch wieder Fanregion Grey empfehlen. Weil ihr seht ja, das hier ist sehr, sehr hell im Kontrast. Einen kleinen Fehler kann man auch ganz gut ausbessern. Dafür nehme ich mir nochmal Alightog Blue. Das war die Farbe, die ich vorher immer habe für die Rüstung. Und setze hier wieder ein bisschen Farbe drauf. So, dann wirkt das gar nicht mehr so schlimm. Gut, und das sind im Prinzip Kampfschäden, die ihr machen könnt. Kommen wir zu den nächsten Farben. Es geht ums Highlighting. Wir beenden quasi das Modell Stück für Stück langsam. Ich zoome nochmal ein bisschen mehr heraus. Das sollte reichen. Wir fangen an mit Grau. Nee, nicht Grau. Silber. Wir fangen an mit Silber. Dafür nehme ich mir nochmal wieder Lead Belcher. Und male über die eben mit Pigmenten bearbeitenden Teile ein bisschen drüber. Ich versuche allerdings, weil die Rüstung schon so hell ist, diese silbernen Teile nicht mehr ganz so hell zu machen. Das heißt, ich male nicht mehr die Flächen, sondern gucke, wo bei den Elementen Highlights wären und greife die schon mal auf. Also hier diese Rundung zum Beispiel. Oder hier diese Rundung. Also ich male nicht komplett einmal nochmal das Element nach, wie ich es bei anderen Modellen vielleicht machen würde, die sehr hell wirken sollen. Hier haben wir schon diese extrem helle Off-White Rüstung. Da brauchen wir nicht zusätzlich noch mit so vielen silbernen Elementen so dermaßen hell werden. Genau dasselbe gilt hier an dem Handschuh. Da gehe ich auch mit dem Pinsel, fast wie beim Trockenbürsten, einmal nur nochmal entsprechend, wo Lichtreflexe hinkämen, drüber. Das zeige ich euch auf der anderen Seite auch nochmal. Also von hier kämen die Lichtreflexe einmal hier, dann das Element da drunter und das hier hinten, zack. Hier hat er diesen Apparat am Arm festgemacht mit dem Metallband. Das geht auch noch ein bisschen Silber ab. Dann haben wir hier die Optik. Auch hier. Eher nur so, als würde ich den Highlight gezielt setzen, nicht die komplette Fläche. Hier. Dann haben wir die Boltpistole. Hier oben. Diesen Auswurfschacht. Hier ein bisschen. Da ein bisschen. Mal über den Lauf. Einmal hier. Nur ein bisschen drüber ziehen. Gar nicht flächig malen. Das ist auch die Sache, warum ich euch vorhin empfohlen habe. Dann blockt das ganze Modell erst einmal aus. Dann wisst ihr nämlich, wie es in etwa wirkt. Wenn viel weiß ist, also viel helle Farbe, solltet ihr zum Beispiel alle anderen Sachen, die hell werden könnten, wie zum Beispiel Metalle, nicht so extrem hochziehen. Jetzt kommen wir zum Schwert. Auch da ziehe ich, wie beim Trockenbürsten, mit dem Pinsel nur drüber. Vorne zur Spitze hatte ich mehr Farbe dran, sieht man hier. Und jetzt nochmal ein zweites Mal nur hier oben. Und dass die Seite es die zum Licht hin zeigt. So, die gehen nach hinten. Diese Striche also machen wir das auch hier so. Einmal. Und noch ein zweites Mal eher oben. So, das waren tatsächlich schon die Metalle Schritt 1. Jetzt kommt, nachdem ich die Farbe zugemacht habe, muss ich mir auch mal eine neue besorgen. Metalle Schritt 2. Dafür nehmt ihr euch Runefang Steel. Und wiederholt das von eben nochmal. Nur, dass ihr jetzt noch weniger Highlights setzt. Das heißt, hier bei den Fiolen zum Beispiel nur so einen ganz kleinen Punkt. So diese Kante, wo dann sich das Licht am meisten reflektieren würde. Dazu passend hier an der Apparatur genauso. Hier an diesen Fiolen auch diese Kanten hier jeweils. Ganz kleine Punkte nur dran. Nicht viel. Nur so ein bisschen. Weiter hier hinten rum. Hier male ich so eine kleine Linie rein. Weil das ist ja ein komplett metallischer Gegenstand. Also so eine kleine Reflex, Lichtreflexlinie. Hier bei den Teilen am Handschuh. Hier haben wir eine Kante. Hier haben wir jeweils Kanten. Fertig. Mehr braucht da nicht hin. Hier an den Zähnen der Kettensäge. Kommen von außen Paraflexe dran. Und hier von vorne. Braucht gar nicht mehr. Da geht mir der Farbkopf zu. Verdammte Axt. Auf der anderen Seite beim Handschuh ebenfalls. Ein paar gezielte Punkte. Hier das Metallband. Geht genauso. Hier oben kommt noch Licht hin. Unten brauche ich schon gar nicht mehr dran. Dann haben wir hier diesen Stöpsel-Stecker-Platz. Dann hier oben die Optiken. Auch wieder nur so ein paar Striche und ein paar Kanten raussuchen, die man etwas heller machen kann. So. Einmal rumgeschaut. Fehlt noch Schwert und Boltpistole. Boltpistole. Oberer Rand. Da ein Punkt. Hier ein bisschen. Zack. Und die Seite ist fertig. Andere Seite. Hier oben. Fertig. Das Schwert. malig ähnlich wie eben. Erst mit diesen Linien von oben. Dann gucke ich mir das mal an und denke mir, reicht ja schon was. andere Seite. Und einmal eine klar gezogene Linie im Umfangstil hier oben an der Kante. Und dann könnte vielleicht hier noch ein bisschen was hin. Ganz vorne an der Spitze. So. Das reicht eigentlich schon an silbernen Elementen. Jetzt kommen wir zum Gold. Dafür erst wieder Balthasar Gold. Da haben wir den Kragen. Hier vorne diesen kleinen Aquila. Den Griff, beziehungsweise das Parier am Energieschwert. So. Dann hier die Schultern. Da achtet ihr dann auch wieder darauf, dass hier nicht ganz in die Vertiefung rein kommt mit dem Pinsel mit der Farbe. Und desto mehr Schatten ihr dadurch jetzt wegnehmt, desto heller wird das gesamte Bild vom Modell. So. Dann einmal von hier. Und er hat noch diesen, nennen wir ihn mal Kranz am Helm. Und das Nasal nicht vergessen. So. Das ist Schritt eins mit goldenen Elementen. Wenn euch die so reichen, lasst die so. Ich persönlich würde vorschlagen, ihr macht weiter mit Rune Lord Brass. Das ist eher ein Messington. Nehmt euch den zur Hand. Und malt hier so an einigen Stellen die Farbe nochmal nach. Prädestiniert dafür sind natürlich Stellen, wo auch das Licht hinkommt. Auf der Schulter könnt ihr zum Beispiel hier oben an dieser Kante anfangen. und euch dann hier über die Nieten auf die Flächen arbeiten. Und Just Remember Tabletop Standard Not the Fancy Blending Kind Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, eine Sache, die ich bei diesem Modell gerne noch haben möchte, ist ein bisschen Black Lining an den Metallteilen. Das mache ich auch hin und wieder mal. Hier ist es, glaube ich, auch angebracht. Who Not Brass weg. Draken of Nightshade Hair. Mit dem Draken of Nightshade geht ihr jetzt gezielt an die Nieten und sowas. Hier vorne zum Beispiel. Und dann setzt ihr da ein bisschen was von dem Shade drunter. Das separiert dann die Niete jeweils nochmal ein bisschen von der Fläche. Hier sind auch noch ein paar drin in dem Rand, deshalb setze ich da noch ein bisschen was hin. Und macht auf jeden Fall das Modell spannender. Denn auch wenn es nur Tabletop Standard sein soll, kann das Modell ja auch noch was aussehen. Hier vorne in den kleinen Helix Aquila setze ich auch noch ein bisschen davon rein. Und am Schwert hinten ins Parier und da auch noch was. So einen ganz kleinen Punkt, um dann noch eine Trennung zu schaffen. Und der sieht ja schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ist auf jeden Fall klar erkennbarer Dizzy Finger Stil. So, jetzt haben wir noch das Bolter Casing, die Soft Armor, bisschen Leder und dann diese ganzen schicken Sachen, wie zum Beispiel die Linsen. Beginnen wir mit dem Bolter und den grauen Passagen. Die Bolte Pistole. Die ist ja recht einfach. Ich nehme mir einfach nochmal schwarz und male hier dieses Border Casing nach. Überall da, wo das schwarz wirklich hin muss. Und auch, wo ich mit Silber geschlampt habe. So, dann einmal hier von der unteren Seite und hier vorne noch eine Linie. Zack, das war schon kurz und schmerzlos. Dann nehme ich mir als nächstes Ashen Grey. Damit ziehe ich ganz leichte Highlights in das schwarz rein. Wie folgt. Obere Kante. Hier hinten runter. Fertig. Reicht. Braucht nicht mehr. Auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls. Obere Kante. Hier hinten runter. Braucht nicht mehr. Vielleicht da nochmal auf beiden Seiten. Ein Stückchen runter. Das war's. Mehr braucht dieses Modell wirklich nicht. An schwarzen Highlights an der Waffe. Zumindest in Ashen Grey. Also ich ziehe das gleich noch an einer Stelle ein bisschen heller. Aber mehr brauchen wir nicht davon. Dann diese ganzen kleinen Käbelchen kriegen einen Hauch von Ashen Grey ab. Und zum einen übergemalte Stellen zu kaschieren und zum anderen auch die Farbe entsprechend zu highlighten und die Kabel ein bisschen heller zu machen. Dann läuft noch eins rüber. Dann hier und hier. Dann haben wir die Kabel an der Seite. Dann hier diese Lüftungen vom Backpack oder Ansaugstutzen. Je nachdem was es ist. Die beiden Schläuche pro Seite vom Backpack. Die in Grau gesetzt waren. Dann einmal hier rum gearbeitet. Und einmal noch hier hinten. Diese kleine Soft Armor. Und das Mini Stückchen im Nacken nicht vergessen. Ich glaube das waren alle relevanten grauen Stellen. Weiter muss man zum Beispiel die Soft Armor in den Handinnenflächen auch gar nicht mehr bearbeiten. Das tut nicht Not. Dann nehme ich mir als nächstes Dawnstone. Damit kommt nochmal ein Mini Highlight auf die Waffe. Und zwar hier hinten in die Ecke. Hier. Und hier. Punktuell. An die Kanten. Da. Da. Und da. Dann kümmere ich mich wieder um die Soft Armor. Und die Schläuche. Hier male ich direkt mal so Linien rein. Als wäre das wirklich so ein leicht geriffelter Schlauch. Auch wenn es vom Sculpt her keiner ist. Das wirkt dann auf jeden Fall etwas interessanter. So. Hier hinten noch ein bisschen. Und hier haben wir Schläuche. Bin ich noch auf der Kamera? Hier bin ich noch. So entsteht ganz langsam ein fertiger World Eater in einem Tabletop-Standard. Für den ein oder anderen ja auch vielleicht von der Bezeichnung gehobener Tabletop-Standard. Keine Ahnung. Ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen wie mein Tabletop-Standard ist. Für mich ist das hier ein Tabletop-Standard. So. Und jetzt kann ich ja sogar hier noch einmal mit einem ganz kleinen Strich unter den Helm an den Verbinder gehen. Den ich die ganze Zeit vernachlässigt habe. Ähm. Ja. Sieht gut aus. Ich glaube das ist alles gewesen in Grau. Jetzt noch ein allerletztes Highlight im Administratum Grey. Okay. Das sind echt dann so Mini-Sachen. Da so ein paar ganz kleine Punkte. Überall da. Wo die Schläuche nochmal ein bisschen mehr beleuchtet wären. Oder auch die Rüstung hier ein bisschen mehr Licht abbekommen würden als andere Stellen. Endure. Glockenzeig. Ja. Da so weiter." Glockenzeig. Drei Minutenzeig. Stattat-Driu. Und dann lass uns, wasst das? Kannst du schon mal auf eine Artige Glockenzeig? K exhaust auf die Sorgung. Du wachst. Drei Minutenzeig. Ich bin da Zicky. Wenn du auch schon mal hier. so so langsam wird es was gut dann als nächstes braun für diese schürze und die lederelemente drei park wir beginnen mit einem strich hier hinten am schwert griff und einen punkt hier am boltpistolen griff das ist ja wirklich mini mini da braucht man ja kaum was machen dann bekommt das holster noch ein bisschen aufgearbeitete farbe da das meiste aber hinter dem hinter dem arm versteckt ist mache ich doch gar nicht mehr dran das reicht schon und dann kümmern wir uns um diese schürze erst mal ein bisschen der rite park auftragen und schon bisschen versuchen diese falten hier aufzugreifen und in den schatten oder in knicken kein gerät park hinzumalen so von innen kommt jetzt auch noch ein bisschen dry park ab bleibt dann aber da auf der farbe also wird da nicht mehr heller und dann können wir gleich mit der schürze auch weitermachen aber zuvor die anderen ganzen coolen elemente dafür nehme ich mir meinen rotmater kulinski 2 0 der noch recht frisch ist und beginne mit den violen in grün zunächst castellan green dieses trage ich hier in einer linie auf primär da wo der lichtreflex durch das silber gegeben ist sie am unteren rand das noch ein bisschen weg so habe ich noch was anderes im grün jawohl hier auch da fokussiere ich mich auf die stelle wo er der lichtreflex ist und hier hinten hatte ich auch noch einer genau da ist der lichtreflex herr mittig so das war schon ein castellan green eigentlich albern dass ich das extra noch großartig ankündigen muss aber das sind diese kleinen kleinen striche die hinter das modell leben lassen als nächstes death world forest damit ebenfalls orientiert am lichtreflex genauso wie bei dieser viola orientiert am lichtreflex und bei der hinten auch dann noch einmal mit orgrim kamo ganz leicht ein paar ein paar kleinen strichen den lichtreflex aufgreifen so und die letzte farbe weiß der deutschflash kommt da erst rein wenn ich mit dem rot fertig war da brauche ich das nämlich auch noch mal so rote elemente haben wir die markierung auf der rüstung die fiole und linsen beginnen wir mal mit der markierung auf der rüstung ist die seite hier mit dem world eater symbol einfach mal die rote farbe herausarbeiten auf der anderen seite dieser helix dann haben wir hier diese fiole da gehe ich nur an die untere kante die bemal ich nämlich genau wie die linsen da weil ich auch nur die untere kante und im auge so das waren ihre roten elemente genau die seite dasselbe wiederhole ich mit mephiston red beginne wieder hier an der an der schulter erst einmal fix über den äußeren ring dann hier die eckzähne noch ein bisschen angedeutet und ganz leichte punkte auf diese stacheln außerhalb des rings so dann die helix fertig dann die fiole hier unten wieder die kante darauf achten dass was von dem korn red zu sehen bleibt wenn ich jetzt ein bisschen drehe sieht man da ein bisschen weiß noch das finde ich jetzt auch noch ausmalen so dann die linsen augenlinsen hier oben einmal zweimal und das auge tatsächlich selbst die linse so dann haben wir auch corn red mephiston red und jetzt als nächstes wild rider red mit wild rider red arbeite ich hier auf der schulter noch mal die nieten nach ein bisschen ganz leicht hier oben über die stacheln und ein bisschen noch auf die zähne dann ist das fertig die helix kommt auch nur so ein bisschen farbe noch ab dann gehe ich wieder hier vorne zu der fiole merke untere rand haugen da habe ich ein bisschen geschlampt misst aber das kriegen wir gleich wieder weg und einmal da rein zum ausbessern nehme ich mir abadon black hier sind eine ganz kleine linie drauf ausgebessert das ist die nächste farbe da habe ich auch die malunterlagen geworfen das war eben weggeputzt werden hier nicht dass ich mir die miniatur noch irgendwie versau dann habe ich nichts trots layer orange und fire dragon bright das auge habe ich mit trots layer orange bewusst ausgelassen weil da noch kaum noch fläche drin ist also es ist ja so dermaßen klein fire dragon bright so die linsen dann haben wir noch einmal avalanx sunset damit ziehe ich jetzt bei der fiole zum beispiel hier unten diese kante nach bei den linsen setze ich oben jeweils einen kleinen punkt rein so einen kleinen lichtreflex und beim auge ganz vorne im augenwinkel ein punkt rein dann haben wir als nächstes palette with flash erst mal für die linsen und fiolen beginnen wir mit der augenlinse im hintersten winkel einen weißen punkt da minimal weißer punkt dann auf dieser fiole hier vorne hier und hier runter auf dieser fiole einfach mal hier runter bei der hier hinten oben eine kante unten eine kante und ein paar punkte runter und bei der hier habe ich hier oben eine glanzkante und hier unten noch so ein kleinen punkt warum weil die aus einem anderen material ist so da wir dann auch gerade palette with flash auf haben arbeite ich hier auf der schulter ein bisschen ein paar kontinente raus so reicht schon und auf der anderen noch mal ein kleines highlight auf die flügel und auf die flügel und auf die flügel und auf die flügel eigentlich nur noch dieser lustige mantel und für den werde ich mir jetzt wieder einen anderen pinsel nehmen nehmen wir hier mal einen kleinen teller da brauche ich ein bisschen mehr da brauche ich ein bisschen mehr das ruhe ich mal aus trage jetzt ein bisschen dried bark hier auf ein hauch wasser kann auch dazu dried bark ist auch bald kaputt der farbtopf das muss ich noch mal speziell sichern so dann habe ich noch was ich eben ja nicht erwähnt habe doom bull brown und tusk gore fern ich nehme mir ein bisschen doom bull brown mische das hier mit in das dried bark und erhalte oh wunder oh wunder eine neue farbe diese nutze ich jetzt um diese schürze noch mal zu highlighten die ist recht wässrig was sie schön auftragen lässt und trage sie überall da auf keine knicke oder falten in der lederschürze sind könnte natürlich jetzt noch spekulieren aus welchem material diese schürze gemacht ist dass sie diese farbe hat aber so weit möchte ich da gar nicht rein in die thematik so da das sehr dünn ist sehr flüssig sehr dünn haben wir noch eine zweite schicht bei dieser zweiten schicht können wir schon jetzt ein blending schaffen dass ich hier ein bisschen weniger fläche bemaler als gerade eben mit der ersten schicht dieser farbe und dann variieren wir die farbe direkt ein bisschen ich mische in das was ich hier habe noch ein bisschen mehr doom bull brown ein dadurch sieht man wird die farbe wieder ein bisschen heller und kann eine weitere schicht hier auftragen auch hier wieder weniger als eben und noch eine zweite schicht dieser dünnen farbe so und jetzt nehme ich mir tusc gore fur was nicht aufgeht doch jetzt tusc gore fur und gebe davon auch noch etwas dem mix bei das verändert die farbe wieder ein bisschen das kann ich auch jetzt sehr flüssig merke ich gerade das kann ich auch nochmal auftragen jetzt das ich auch ich bleib das auch ich Und jetzt, damit das reicht, packe ich jetzt meine Teller beiseite, nehme ich pures Tuskegore und ziehe hier vorne an dieser Kante einmal entlang, um meinen Kantenhighlight oder im englischen Edge Highlight zu erzeugen. Das kann ich hier auch nochmal machen. Und einmal nach hier oben. So, und damit ist im Großen und Ganzen unser WorldEater fertig. Ich werde jetzt noch quasi das Finish machen, also das Base fertig bearbeiten, die Pigmente nochmal mit Agrox Earthshade verschieben, dann das Silber noch ein bisschen highlighten, vorne das Grau ein bisschen höher ziehen, durchbürsten. Werde dann Klarlack auftragen, Purity Seal und dann werden wir den Finish machen. Und er fällt gerade auf, nein, ich bin doch noch nicht fertig. Eine Sache habe ich noch vergessen. Vorne hatte ich noch so eine kleine Helix auf der Stürze und einen kleinen Schädel. Dann nehme ich mir einfach wieder Weiß. Ganz simpel. Reduzierte Farbpalette. So. Und ziehe das einmal nur nach. Nur, dass man sieht, dass da auch was ist. So. Jetzt werde ich Specs fertig machen. Mattlack auftragen und euch dann für die letzten Schritte wieder dazu holen. Nun als letztes kommen noch Finishing Touches. Ich werde jetzt als erstes Art Coat benutzen, um Augenlinsen, Fiolen und sonstiges nochmal zusätzlich mit Glanz zu versehen. Und hier hinten die eine noch. Und nun handelt es sich ja um einen World Eater. World Eater haben die Nägel. Ultimative Carnage und so. Ich bin der Meinung, ein World Eater sollte auch ein wenig Blood for the Blood God abbekommen. Und ein Apothekarius sowieso. Deshalb Technical Color. Blood for the Blood God. Und ein Dry S in Ersatz. Als Stippel Brush. Tunge ich ein wenig in die Farbe. Und nachdem ich ein bisschen was davon auf der Küchenrolle abgetupft habe, tupfe ich ganz vorsichtig aufs Modell. Und zwar um das Ganze nicht zu übertreiben und zu einer zu krassen Karikatur werden zu lassen. So. Dann haben wir noch die Klinge. Ist eine Energieklinge, aber for the sake of the overall theme kommt die auch ein bisschen Blut ab. Und der gute Mann kriegt auch ein paar Blutspritzer. Oh, das ist ein bisschen sehr viel gewesen. Ein bisschen Blutspritzer auf den Körper. Hier hat das vielleicht sogar verschmiert. Und auch hier auf der Seite kommt noch ein bisschen Blut ab. Da kommt noch ein bisschen mehr dran. Weil er da zum Beispiel mit diesem Handschuh die Brustkörbe der Gefallenen aufschneidet, um die Gen-Saate zu entnehmen. Ich denke, da kommt dann noch ein bisschen Blut dran. So. Das reicht eigentlich schon. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Aber wenn man ein Schwert in einen Körper schlägt, hat man nicht nur Spritzer, sondern vielleicht auch ein paar Streaks. Deshalb ziehe ich jetzt hier mit dem Pinsel einmal noch mal ein bisschen rüber, um so ein paar Blutstrieme zu erzeugen. So. Und damit würde ich sagen, ist unser WorldEater fertig. Also wieder ein User-Request-Tutorial abgeschlossen. Wem das gefällt, der darf das gerne nachmalen. Wenn ihr es nachmalt und vielleicht sogar veröffentlichen wollt, gerne posten mit dem Hashtag Maltisch am Mittwoch. Hashtag Dizzyfinger oder Hashtag Mamtu. Oder wenn ihr euch unsicher seid, schickt mir eine persönliche Nachricht über Facebook oder YouTube mit dem Link zu eurem Bild oder mit dem Bild direkt. Einregung, Kritik in die Kommentare. Und danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmalen.